Ja, servus Leute, euer Slagsi hier. Ja, heute grüße ich ganz besonders die Hamburger Hänger und vor allem den Cameo und den Henning. Die zwei habe ich gestern kennengelernt in Skype, haben sich mit mir unterhalten. Aber ihr wisst ja, offiziell habe ich gar keinen Skype. Oh, sind dufte Typen, von der habe ich mir mal gebracht. Hau ich liebe Grüße raus und schaut mal bei denen auf dem Kanal vorbei. Aber die müsste ja jedem von euch bekannt sein. So, wo sind wir hier? Drücke Z, um Corrodles Kampfarena zu gelangen. Schlage seine Hand lange und du bekommst eine Kronen. Na, das machen wir doch jetzt mal direkt. Boxende Biber? Ja. Ihr müsst halt einfach überleben. Gab schon mal Sperren oder was? Und, ja, fallt nicht runter. So wie es der Slagsi hier fast tut. Kabumm. Starke Leistung. Auf jeden Fall war die stark, die Leistung. Haha. Yeah. So, das erste Krönchen haben wir. Und mal sehen, was es im Armory gibt. Funky. Alte Rakete. Hey, lange her, Donkey. Hm, Corrodles Rückkehr. Zwingt uns zum Aufrüsten, aber nein. Ich habe ein paar coole Shooter. Wie wäre es hiermit? Alter, ihr müsst mal auf den seine Gestik achten. Gib mir drei Münzen und du kannst Corrodles Truppen mit diesem Shooter ordentlich aufmischen. Na, aber sicher. Die Kokosknole. Steht dir gut, Donkey. Ich gebe dir eine kurze Einweisung. Ja, Z, links, B, feuern, oben, Visier. Wunderbar. Zum Nachrüsten immer mal wieder vorbei, schnuppern. So, Leute. Wir haben die Knarre. Vollfette Goldkette. Hahaha. Bestens ausgerüstet. Dann, gehen wir. Oh, Donkey, du bist so dick, ne? Oh, ich packe es jetzt nicht. Geh da hoch. Oh. Affe. Jetzt gehorcht er mir gar nicht mehr. Die olle Zippe. Na gut, nehmen wir halt diesen Weg. Ist ja noch alles relativ human. Oder soll ich sagen Primat? Keine Ahnung. So. Es ist eine Banane. Und wir lassen die Katze, äh, Didi aus dem Sack. Eww. Yo. Yo. Noch wird hier nichts aus dem Sack gelassen. So wie es aussieht. Ah. Müssen wir erst mal drei Tore aktivieren. Kann ja schon mal passieren. Kann ja schon mal passieren. Mach bloß den Pflug, Säurier. So. Hier haben wir noch eine Palme. Immer alles abklappern, Leute. Es ist grausam in diesem Spiel. Was gibt's denn hier? Ein Tor. Durch dieses Tor möchte ich noch nicht gehen. Das kommt später. Ähä. Ähä. Lasst mich mal schauen, war ich auf dem Baum da oben schon? Ja, siehst du von unten natürlich nicht, ob da noch Bananen. Nein. Nix mehr da. Bloink. Komm doch her, Hummel. So. Nummer zwei. Der Bananenballon ist direkt mal zehn einzelne Ballanen, Ballalalalas wert. So, holterdipolter, ich will da jetzt hoch. Ich hinke schon wieder etwas hinterher. So geht das. Smyther Q. So, die habe ich auch. Warte mal, wo waren das? Ah, ich weiß, wo das fehlt. Okay, alles Chlor. Ne, hier gibt es auch nichts. Das hätte ich hier schon machen müssen. Jetzt nicht runterfallen. So, warte mal, warte mal, warte mal. Ja, irgendwas trifft schon. Yippie, los geht's, Dicay. Ich bin jetzt frei und kann dir rote Bananen... Äh, helfen, rote Bananen zu sammeln. Gut. Zuerst hole ich mit Donkey aber noch ein paar gelbe Bananenchen. So. Jawohl, die zwei ist wichtig. Und, wir bekommen natürlich noch eine Bananen zur Belohnung für die Rettung von Diddy. Wow. Wow. Überall öffnen sich weitere Tore. Geilomat. Dann geben wir doch auf jeden Fall mal... ...ne Etage weiter nach unten. Alter. Ich schieb's dir Stress, wa? Das ist einer der Spezialwachen. Der hat ganz schön Energie. Und hinterlässt so ein komisches Ding. Was das für ein Ding ist. Komme ich später noch drauf. Also, jetzt knall ich den Biber und mich ab. Was geht denn? Meine Energie war auch schon mal besser. So, den hab ich über den Haufen gebollert. Und es hat mir nichts gebracht. Wunderbar. Blopp. Rambi. Yeah. Hier brauchen wir auf jeden Fall Rambi. Wow. Hier geht auch einiges. Oh, ein 75 Bananen mit Donkey Kong. Yes, ja. Alter, ist das ein Gen-Mutanten. Tschernobyl-Biber. Weg mit euch. Komm. Hehe. Einfach mal draufballern. Aha. Guck, was muss für Donkey. Alles klar. Geh mal erstmal rein. Okay. Der Alte wieder. Ich habe einen weiteren Trank im Angebot, Donkey. Für nur drei Münzen gehört er dir. Ja. Pavian Perplexa. Pavianus Perplexus. Komm weg mit der Scheiße. Der Ritt auf den feurigen Kanonenfässer kann beginnen. Finde die Platte mit deinem schäbigen Gesicht und drücke Z, um Lust zu legen. Drücke Z, um dich abzufeuern. Mehr gibt's nicht. Wir sehen uns im nächsten Level. Jetzt müssen wir nur noch die Plattform mit unserem schäbigen Gesicht finden. Platz hier. Oh, du Sau. Warum hab ich das bloß gewusst? Ja. Du Sau. Warum hab ich das bloß gewusst? Mit dem Rambi. Wenn du wieder als DK spielen willst, halte Z und drücke Z links. Halte Z und B um Attacke. Ja, ja. Lass mal her. Okay, als Rambi kann ich die Dinger hier nicht einsammeln. Schade. Nochmal. So, Rambi macht mal. Aber wow, Grafik. Kommt nicht hinterher. Beziehungsweise die Kamera macht mal. Sowas für ein kurzer Prozess mit den Teilen hier. So, überall mal draufhauen. Wo war denn mein schäbiges Gesicht jetzt nochmal? Hier. Da aktivieren wir doch direkt den Schalter. Banana. Wunderbar. Aber das war ja natürlich nicht alles. Komm, Rambi. Rambi ist der Beste. Ja, direkt mal alles platt machen, was bei 300 auf dem Baum ist. Weg da. Oh, scheiße, oder? Oh, das ist jetzt aber pingelig gemacht, ey. Habt ihr das gesehen? Da läufst du einen halben Meter zu weit. Kriegst keine Vorwarnung. Einfach ist das Vieh weg. Oh, ihr Bibas, ne? Justin Bieber hier, oder was? Geht mal sowas von auf den Knopfen. Es gibt's aber eine. Hier. Mit der 12 auf die Kopf. Ist keinem mehr da. Der Fittiche war's. So, links abbiegen. Bevor hier wieder rumgemosert wird. Und das Teil einreißen. Das war schon mal wichtig. Ja. Das war schon mal wichtig. Gut, ich schnapp mir noch schnell die Banane. Die hier freigeschaltet wurde. Komm her, Baby. Yeah. Voll fett. Und. Weg da. Hier wurde auch eine Tür geöffnet. Und wen haben wir hier? Oh, der hat gelbe Haare, Leute. Das ist unserer. Sprich für Donkey Kong. Und. Eine schöne Musik ertönt. Und wir haben die erste Blaupause. Aha, hier ist ein lila Kopf. King Zings Ding. Und hier kommen wir definitiv noch nicht weiter. So, jetzt muss ich eigentlich nur noch das Ding mit Donkeys Gesicht finden. Ha, haha. Hier wird ein neuer Biber hin transformiert. Äh, ich würde einfach mal sagen, ich mache hier einen Stoppie. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, euer Slagsy. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.